Weißtechnik hat 2022 die neue Vollversion Sympathy 4.80 auf den Markt gebracht. Ab jetzt ist das erste Update 4.80 Patch 1 verfügbar. Was gibt es Neues? Komfortable Auswertung mehrerer Archive. Dokumentation von einem Foto pro Minute. Neben Absoluten nun auch relative Zeitangaben. Messwerte sind ohne Interpolation darstellbar. Messwerte und Bildmaterial vergleichen. Sympathy-Versionen werden parallel installiert. Überzeugen Sie sich sechs Monate lang kostenfrei. Während in Sympathy bis Version 4.7 nur ein Archiv nach dem anderen ausgewertet werden konnte, lassen sich ab Sympathy 4.80 mehrere Archive zusammenführen und in die Auswertung bringen. Speichern Sie Ihre Messdaten weiterhin in Archiven in gewünschter Aufzeichnungsdauer. Ändert sich nie, täglich, wöchentlich oder monatlich. Aus Sicherheitsgründen wählen viele Anwender die tägliche Aufzeichnung ihrer Messdaten. Ab jetzt vereinfacht sich die grafische Auswertung mehrerer Archive, da Sie diese gleichzeitig öffnen und so den gesamten Prüfzyklus in einem Schritt auswerten können. Der Export als CSV-Datei ist jederzeit möglich. Mit Sympathy Timelapse dokumentieren Sie Ihre Prüfungen mit Fotos. Dabei steht Ihnen pro Archiv ein Kontingent von 1500 Fotos zur Verfügung. Für wöchentliche oder monatliche Archive war die Anzahl der Fotos oftmals zu knapp. Nun können Sie zur täglichen Archivaufzeichnung wechseln und 1500 Fotos in 24 Stunden bzw. 1440 Minuten aufzeichnen. Dies entspricht gut einem Foto pro Minute. Die Tagesarchive stellen Sie im Nachhinein problemlos zu einem Archiv zusammen und dokumentieren über den gesamten Prüfzyklus neben den Messwerten auch die Fotos. Ab dem Patch 480.1 können Auswertungen und Bildmaterial von verschiedenen Anlagen übereinandergelegt und verglichen werden. Auf Knopfdruck legen Sie nun Ihre Referenzgrafen mit den Grafen Ihrer aktuellen Prüffahrten übereinander. Dies ermöglicht Ihnen, schnell und einfach die Archive zu vergleichen, um Ihre Testläufe zu optimieren. Dabei können Sie auf das im Prüfraum aufgezeichnete Bildmaterial zugreifen. Unterschiedliches Prüfgutverhalten während der verschiedenen Prüffahrten wird nun sichtbar. Ab Sympathie 4.80 können Sie zwischen der absoluten und der relativen Zeitangabe jederzeit umschalten. Ebenso können Sie einen Offset einstellen. Wenn Sie Interpolationen ausschalten und nur die aufgezeichneten Messwerte anzeigen möchten, dann haben Sie dazu in Sympathie 4.80 die Möglichkeit. Ebenso können Sie entlang der Grafen Kommentare platzieren. Über den Button Online-Training gelangen Sie zur Weißtechnik-Schulungswebseite Weißtechnik-Symlearn. Sympathie 4.80 ist eine komplette Vollversion und wird grundsätzlich parallel zu Ihrer bestehenden Sympathie-Version installiert. Sie können jederzeit entscheiden, in welcher Version Sie gerade aktiv arbeiten wollen. Zusätzlich steht Ihnen eine Demo-Umgebung zu Testzwecken zur Verfügung. Sympathie 4.80 läuft unter den Betriebssystemen Windows 10 und Windows 11 sowie unter Microsoft Windows Server 2016, 2019 und 2022. Probieren Sie Sympathie 4.80 aus. Kostenfrei 6 Monate lang mit bis zu 5 Anlagen.